In diesem Video geht es um die Kunstköder Herstellung. Wann macht es Sinn Kunstköder Herstellung anzufangen? Welche Kunstköder stellen wir her? Was kostet das Ganze? Und wie schnell kommen wir vorwärts, damit wir Kunstköder einsetzen können? Ob es am Nordmeer ist, an der Yama zum Beispiel oder überall da, wo wir Kunstköder gerne verwenden wollen. Grundsätzlich muss man sagen, Kunstköder Herstellung im Game ist wahnsinnig teuer. Und wir benötigen, damit wir hochwertige Kunstköder herstellen können, natürlich auch noch Skillpunkte. Das bedeutet, wir brauchen Skillpunkte übrig. Denn die Herstellung von Kunstködern, es ist schon ein absolutes Nice-to-have. Es ist gut, wenn man das machen kann, aber es ist auch absolut nicht notwendig im Game, dass man Kunstköder Herstellung skillt. Wenn man also Schwierigkeiten hat oder anfangs noch nicht weiß, wo kommen überall meine Skillpunkte rein, was ist essentiell, was ist wichtig, dann verzichtet man natürlich als erstes auf sowas wie Kunstköder Herstellung. Wenn du dir unsicher bist, was wichtig ist, was sind die essentiellen Skillpunkte, ich verlinke hier nochmal das letzte Skillpunkte-Video. Da wird erklärt, was sind die essentiellen Skillpunkte fürs Posenangeln, fürs Grundangeln, fürs Spinning und natürlich auch fürs Meeresangeln. Und damit kannst du dann entscheiden, was ist für dich wichtig, was sind die wichtigen Skills und Skillpunkte in den einzelnen Talentbäumen. Das, was dir dann am meisten Spaß macht, das skillst du dann durch. Alles andere lässt du erstmal weg, so sparst du dann schon mal ein paar Talente und ein paar Skillpunkte und hast dann irgendwann Skillpunkte auch übrig für zum Beispiel sowas wie Kunstköder Herstellung. Ich hatte jetzt zuletzt beim Nordmeer fast alles durchgeskillt und habe dadurch jetzt auch immer noch Skillpunkte frei. Ich bin auch mittlerweile ja Level 45. Ab 40 kriegt man ja pro Level 4 Skillpunkte extra. Bedeutet also, man kommt so langsam in den Bereich, wo man mehr Skillpunkte bekommt, als man verteilen möchte oder verteilen muss zwingend. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach ein paar Skillpunkte übrig, weil ich anderes gespart habe und die verteile ich jetzt in die Kunstköder Herstellung. Bedeutet also, wann ist es sinnvoll damit anzufangen, damit man bei jedem Herstellungsprozess auch hochwertige Qualität 9 von 10, Qualität 10 von 10. Ich zeige das nochmal eben. Wenn wir uns hier die Balsamino anschauen, da vorne steht es dran. Dann, also Qualität 9 von 10 und Qualität 10 von 10. Das sind die beiden essentiellen, also das wollen wir haben. Darunter wollen wir eigentlich gar nicht die Köder verwenden. Ja, natürlich kann man das machen, aber wir wollen doch jede Chance nutzen, besser, schneller, einfacher Fische zu fangen. Und da hat dann natürlich auch die gute Qualität der Köder einen Einfluss drauf. Bedeutet also, wir wollen eben nur die 9 von 10 oder 10 von 10 verwenden. Das bekommt man auch immer raus, wenn man maximal die Skillpunkte eben investiert hat ins Herstellen der Kunstköder. Bevor ich jetzt anfange, ich habe noch die Happy Hour übrig. Ich kaufe jetzt gleich ein. Ich mache Skillpunkte rein. Und wenn ich dann startklar bin, dann starte ich auch erst mit dem ersten Herstellungsprozess. Also das erste Mal, wo man Skillpunkte bekommen würde, damit startet auch sofort die Happy Hour. Oder man wirft das erste Mal aus, auch dann startet sofort die Happy Hour. Wenn du dir kein Premium leisten kannst oder willst, in der Regel gibt es so gegen Jahresende gerne mal die Chance, dass man eben auch ein bisschen Premium-Tage bekommt. In der Zeit dann vielleicht darauf konzentrieren, dass man sämtliche Skills nach oben kriegt. Ob das jetzt eben hier für das Kunstköder herstellen ist oder ob das dann auch für die anderen, zum Beispiel Köderbeschaffung ist, Angelfutterzubereitung ist. Die Zeit dann schon mal im Blick behalten. Es gibt da immer mal wieder Premium-Tage. Und dann Geld vielleicht schon mal sparen für diese Zeit. Und dann in der Zeit, wo man Premium hat, schön die Happy Hour durchballern mit Skillpunkten, mit diesen Jobs, mit diesen Berufen und nicht mit Angeln. Ob man jetzt bei einem Fisch irgendwie ein paar Prozent mehr XP bekommt oder nicht, ist so absolut nicht essentiell. Aber hier mehr Skillpunkte kriegen bei den Jobs, das macht einen Riesenunterschied. Also legen wir los. Ich verteile jetzt hier meine ersten Skillpunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, damit ist er nun geskillt. Und ich kann jetzt damit diese ersten Köder herstellen. Übrigens kann man das natürlich auch herstellen ohne die Skillpunkte. Und ganz am Anfang bekommt man auch schon die ersten Prozente oben. Auch ohne Happy Hour, auch ohne, dass man da Skillpunkte drin hat. Natürlich bekommt man auch schon am Anfang die Prozente. Das sind so ungefähr 20 Prozent. Der Herr Zilonka hatte das im Discord alles sehr schön ausführlich beschrieben, wie er das gemacht hat und wie so der Weg ist. Und wie er mit circa 2000 Silber, hat er geschrieben, bis auf 85 Prozent gekommen ist. Das ist jetzt auch mein Ziel. Ich halte mich quasi jetzt an den Guide vom Herrn Zilonka. Der Link zum Discord ist auch unter dem Video. Da einfach mal reinschauen. Da ist das alles nochmal schön detailliert aufgelistet. Und im Kunstköderbereich ist da eben alles präsentiert, was man benötigt, welche Materialien für welche Köder. Auch das findet man alles im Bereich Kunstköderherstellung. Ja, nachdem ich jetzt die Punkte drinne habe, geht es natürlich zum Einkaufen. Und jetzt wird hier ordentlich Geld auf den Kopf gehauen. Wir starten mit dem Herstellen oder, ja, der ersten Köder. Und das sind hier die Gussformen. Die normale, günstige Novgorod Kunstköder Gussform. Die benötigen wir. Also, kaufen wir uns das Gerät hier einmal. Diesen Klotz, diese Gussform. Das wird jetzt einmal gekauft. Jawohl, haben wir auch. Danach benötigen wir den Volga Kunstköder. Also, das ist dieser hier. 113, da haben wir die nächste Gussform. Auch das einmal gekauft. Und Zander Kunstköder. Zander Kunstköder Gussform. Auch das ja einer der Kunstköder, die auch hervorragend funktionieren. Immer wieder an der Yama. Das ist natürlich ganz praktisch. Den haben wir auch schon gekauft. Kretsching. Damit haben wir jetzt schon über 400 Silber ausgegeben. Alleine nur für die Gussformen. Und jetzt geht es natürlich auch weiter an die Materialien. Wir benötigen jeweils ca. 1300 Materialien vom Schleifpapier und vom Zinnbarren. 1300 ist meine Ansage. Ich klicke mich mal eben hier durch. Okay, ich habe es ein bisschen übertrieben. 1600. Aber das wird ja nicht schlecht. Und ich werde ja auch später noch weitere Kunstköder herstellen. So, klicken wir hier mal nicht ganz so essentiell. Klack, 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 klack. Gucken wir mal, wie viele das jetzt sind. Na, ist es denn? Punktlandung. Perfekt. Also, da haben wir die 1300. Aber sicherheitshalber machen wir einfach nochmal ein paar mehr. So, 1450. Genau. Und dann haben wir von den Zinnbarren ausreichend. Wir haben das Schleifpapier jetzt ausreichend. Und dann brauchen wir noch Schaumgummi. Da. Ja, und den Schaumgummi, den benötigen wir natürlich. Gerade auch am Meer funktioniert das ja hervorragend. Wenn wir nur die gelben herstellen, sind wir natürlich am sparsamsten unterwegs. Denn wir brauchen keine Färbemittel, um das Schaumgummi dann einzufärben. Das heißt, der günstigste Weg ist es natürlich dann jetzt hier, die Schaumgummis einfach so zu verwenden, wie sie sind. Das heißt, wir ballern einfach nur Schaumgummi gelb durch, um damit Skillpunkte zu machen. Ich werde allerdings zwischendurch auch mal ein paar Farben einsetzen. Heißt, das wird ein bisschen teurer für mich. Ich will einfach auch andere Farben haben. Ich habe das ja auch alles geskillt. Ab 20 Prozent soll das hier jetzt schon funktionieren. mit dem Schaumgummi herstellen. Das heißt, von 20 Prozent bis 30 Prozent stellen wir die dann her. Und dann gucken wir weiter. Auch davon kaufe ich jetzt erstmal, vielleicht erstmal nur die 200 Stück. Angegeben ist das hier mit circa 70 Stück. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja eh mehr noch herstellen will. Und man verbraucht die auch sehr stark am Meer. Man hat da wirklich viele immer im Einsatz davon. Deswegen, und dazu hole ich jetzt natürlich nochmal ein Farbset. Nehmen wir mal so ein 50er Pack Farbe. Haben wir auch noch mit dabei. Verschiedene Farben sind dann da drin. Und dann kann das auch losgehen mit dem Herstellen der verschiedenfarbigen Schaumgummis. Das sind jetzt sämtliche Materialien, die wir benötigen werden, um circa in den Bereich von 85 Prozent zu kommen. Das variiert natürlich immer. Es hat immer nur so ein bisschen was mit Glück zu tun. Kriegt man einen Skillpunkt oder eben auch nicht. Aber wir haben schon mal eine gute Basis und das relativ günstig jetzt eingekauft. Und damit ballere ich jetzt gleich los. Damit starte ich jetzt gleich die Happy Hour. Und dann geht es los. Dann wird einfach durchgezogen, knallhart, bis man eben die nächsten Prozente bekommt. Wie überall im Game, wo es um Prozente bekommen geht, ist es so, dass man immer länger braucht, um neue Prozente zu bekommen. Bedeutet also, wir brauchen mit der Zeit immer mehr Materialien und immer mehr Zeit, damit wir den nächsten Skillpunkt bekommen. Also, unser Ziel jetzt erstmal 85 Prozent und ich starte rein in Kunstköder. Wir fangen an hier mit dem Novgorod Kunstköder. Es ist alles vorhanden, was wir brauchen. Und wir haben den ersten hergestellt. 0,2 und damit ziehen wir jetzt durch. Und damit haben wir hier, zack, sogar über 30 Prozent schon. Nur mit dem ersten. Ich habe sogar ein Part geskippt, weil ich immer noch Skillpunkte bekommen habe. Nur mit dem ersten und dem billigsten Herstellen des Kunstköders einfach jetzt in wenigen Minuten gemacht. Ab 30 Prozent geht es dann schon in Richtung von dem Volga Kunstköder. So, einmal jetzt hier den Schaumgummi noch hergestellt. 30,3. Gucken wir nochmal eben kurz zurück. Und hier sehen wir jetzt, was alles schon freigeschaltet wurde. Mit den 30 Prozent. Novgorod hier den Moskau Kunstköder Schaumgummi ist ab 10 Prozent schon frei. Das heißt, wenn man die nur mal eben schnell skillen will fürs Nordmeer, man braucht bloß 10 Prozent in der Herstellung, dann kann man die schon produzieren. Und man produziert die eben automatisch auch in einer ganz guten Qualität. Also das ist hiermit die günstigste Möglichkeit, wenn man eben gute Köder auch braucht fürs Nordmeer. Volgakunstköder jetzt schon. Und Klein, Volgakunstköder Klein, der ist auch da. Ja, jetzt heißt es natürlich direkt weitermachen. Jetzt ist das hier auch alles freigeschaltet. Mal kurzer Blick in die Skill-Punkte. Volgakunstköder in Klein, Haken brauchen wir nicht. Gussform ist da. Und damit geht das jetzt weiter bis 55 Prozent. Und damit haben wir die 50 Prozent erreicht. Gucken wir nochmal eben rein. Kunstköder Herstellung. Da haben wir jetzt hier diesen als lang. Das nächste ist dann 55 Prozent, 60 Prozent, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Ja, und dann hier unten Walker und Jerkbait ab 100 Prozent. Aber bis jetzt schon mal die 50 Prozent, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und das hat gar nicht so lange gedauert. Also, Kunstköder, gucken wir nochmal eben rein. Wir könnten den jetzt auch herstellen. Kostet quasi die gleichen Materialien und ist hochwertiger. Und ich glaube, ich mache jetzt ein paar Prozente einfach mal mit dem hier noch weiter. Wobei ich dann ja auch wieder die neue Form kaufen müsste. Ich bleibe einfach beim Kleinen und ziehe weiter durch. Und da gehen sie rein. Die 55 Prozent. So, und ab jetzt bis Level 100. Alter, ziehen wir hier durch. Da haben wir die Kunstköder mit Zander. Mit dem Zanderblinker. Also, Zanderkunstköder ist jetzt das nächste Ziel. Gucken wir nochmal eben rein. Da ist er, Zanderblinker. Damit ziehen wir jetzt durch. Jawohl. Und bekommen jetzt damit natürlich Stück für Stück neue Prozente. Aber damit jetzt einfach durchballern bis, ja ich sag mal erstmal bis 85 Prozent. Das ist schon mal ein großes Ziel. Und dann kommen ja Stück für Stück die anderen Sachen noch mit dazu. Wir gucken gerade mal eben noch rein. Kunstköder-Herstellung. Genau. Die Westsibirischen sind immer wieder ganz gut. Die Spinner sind natürlich ganz gut. Ab 70 Prozent. Dann haben wir hier noch die Wobbler. Die einfachen. Und dann kommen hier die Minnows. Und die Minnows, die sind eben bei 85 Prozent. Also die Minnows, die auch immer mal wieder in den Rekorden stehen. Das sind die essentiellen. Der Rest hier unten dann. Die Wobbler und Popper und Walker und die Jerkbaits. Ja, ist natürlich auch nice to have. Das kommt dann aber mit der Zeit. Also wenn man das hier alles schon herstellen kann. Bis 85 Prozent ist das doch gar nicht so schlecht. Das Ganze hat bei mir jetzt hier keine, na sagen wir mal knapp eine halbe Stunde gebraucht. Also eine halbe Happy Hour habe ich jetzt benötigt. Bis zu den 55 Prozent. Und kann jetzt hier einfach noch fleißig weiter durchziehen. Mit dem Zander Kunstköder. Und das machen wir jetzt auch. Ich ziehe jetzt hier weiter durch. Aber das ist quasi the way to go. Und damit kommt man effektiv und schnell vorwärts. Ich hoffe das Ganze hat geholfen. Wenn ja, Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder im Livestream auf Twitch. Montag, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin. Petri. Tschüss.